Musik In Sonneberg gibt es das älteste Museum für Spielzeug in Deutschland. Die Stadt am Südrand des Thüringer Waldes hat ca. 30.000 Einwohner und lebt hauptsächlich von der Porzellanherstellung und der Spielzeugindustrie. Auch eine Fachschule für angewandte Kunst sowie eine Sternwarte sind hier zu finden. Die Stadt am Südrand des Thüringer Waldes 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 Amen. Amen. Amen.